Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft on Master Builders Was gibt es hier? Turnhalle, Apokalyptisch, Jurassic, Schiffsrack Ich glaube Schiffsrack kann ich am besten hier malen, also bauen hier besser gesagt Okay, im ersten machen glaube ich Turnhalle, okay es ist Turnhalle, so Okay, wie fange ich da an? Ich glaube ich nehme erstmal die Pro Tools, weil sie sind ja im Pro Modus So, bam, 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 bam So, ähm, okay, ich mache mal F3D hier, oh nein, es geht nicht Ähm, was ist das für Werkzeug für Region, das war, okay, erst zum Region auswählen hier Okay, dann mache ich mal irgendwie, so Ähm, Füllwerkzeug mache ich dann irgendwie, ich glaube ich mache einfach Holzboden oder sowas So, ähm, so ein Holzboden, so ein kleiner Ich mache noch so eine kleine Turnhalle mit Quarz oder so So wie bei meiner Schule hier, Kopiewerkzeug, okay Ähm, wir haben nämlich auch so einen riesen Turnzahl und sowas Alright, Quarz und so Apropos Schule, habt ihr eigentlich schon wieder Schule, weil meine Schule beginnt erst nächste Woche Ja, eigentlich, ich finde Schule ist irgendwie, keine Ahnung, ist halt relativ zeitaufwendig, so Alright, so, ähm, ich muss jetzt irgendwie perfekt hier hinbekommen Oh, ich habe irgendwas falsch gebaut, oder? Hier habe ich nicht Äh, genau, ich brauche so einen kleinen, wo so, oder so, ich brauche so einen Raum, wo so Matten drinnen sind und sowas Alright, ähm, so, bam, bam Und so Ähm, und hier noch, der eine Steher hier Ähm, ich brauche auch so ein Kühlding, das muss ich auch noch bauen, so So eine Klimaanlage, wie man das nennt So 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 Kleine Turnhalle Alright So Und irgendwie, keine Ahnung, wie soll ich die Wände bauen? Kann ich das Holz, ne, das kann ich nicht benutzen, schade, schade, schade Ich baue, ich glaube, ich baue es einfach aus irgendwie Sandstone oder sowas Äh, ne, ich glaube, ich baue es einfach aus Quarz, die Wände Ich meine, ich, doch, ich glaube, ich baue es einfach aus Quarz, weil Sieht am besten aus hier Äh, so, wir haben noch sieben Minuten Zeit, by the way, wir sind auch mit zwei Leuten hier Zwei Leute, zum Beispiel der Dax hier, oder wie man, wie man den ausspricht, ne Kur-Buzzer Ich habe nicht für den Discord hier geschrieben, äh, ob vielleicht irgendwer mitspielen will Weil, wenn ich das schon aufnehme, dass vielleicht irgendwer auch dabei sein kann hier Und die sind jetzt auch dabei, sind zwei Leute, zwei Zuschauer praktisch Und, äh, ja So, bam, bam, bam Ähm, alright Und hier noch in der Mitte so ein kleines Fenster So, bam, bam Okay, das ist ein bisschen, okay, doch nicht Ich dachte, das war gerade verpackt, ist es aber nicht So Hier brauche ich, glaube ich, einfach Glas hin, statt die Dings Statt die Teile hier So So, bam, 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 so Hier brauche ich noch Glas rein, glaube ich So So, bam, 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 bam Ich muss schon noch schnell das Dach hier und so hinkriegen Weil ich noch Zeit habe für die, also wirklich für die Turnhalle an sich Hier, dass ich Ihnen noch was bauen Ich habe nicht noch einen guten Ich habe noch eine gute Idee hier Jetzt kann ich so machen, äh, bam und bam Jetzt kann ich machen, so Jetzt kann ich machen, so Easy peasy Jetzt habe ich das hier auch gleich ausgefüllt, hier Bam, 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 bam Viele Leute regnen sich auch auf, wenn ich ganz nicht bam sage Aber, keine Ahnung, bam Ist so ein Wort so Oder was soll ich sonst das bam sagen Da, da, da Oder keine Ahnung Ich sage immer auf bam, bam, bam Das ist ein cooles Wort, ja So, bezüglich der Turnhalle hier Ähm, ich bin schon relativ weit Ich muss einfach noch hier die Fenster reinbauen Und hier, so Kleine Turnhalle Regino Äh, dann brauche ich noch so ein Fußballfeld rein Mehr oder weniger Oh, oh, das packt hier ein bisschen Oh, oh, das Glas ist ein bisschen buggy So Und, äh, jetzt noch hier komplett zu, würde ich sagen Und hier auch noch Fenster Hier werden auch noch Fenster hier cool So So kleine Fenster Reginos Alrighty So, und viele haben auch gefragt, wann der Community Livestream kommt Ja gut, jetzt ist auch gerade ein bisschen dumm hier auch wegen Schule Und so Ähm, ja, keine Ahnung Der kommt aber, der nächste Livestream verspreche ich euch Ist der Community Livestream Wie gesagt, hier Weil, äh, für die, die jetzt neu dabei sind Äh, wir haben von ein paar Dings Von ein paar, ähm, Wochen hier Habe ich angekündigt, dass hier ein Community Livestream kommt Aber der ist nachher abgesagt worden Weil, keine Ahnung Äh, Probleme mit Server und so weiter So, jetzt brauche ich noch so ein, äh, Dings So eine kleine Linie hier irgendwie am Boden So ein kleines Fußballfeld Jetzt brauche ich Reds und White Wolves So, easy peasy Ähm, ich kann es noch mit Ja, ich weiß nicht Vielleicht mache ich jetzt erst mal das Tor hier So, so ein kleines Tor Äh, so, mache ich das irgendwie, Sir Ah doch, das passt schon hier Und hier noch so ein kleines Tor Genau gegenüber am besten Es sieht gar nicht so schlecht aus, actually Es geht So noch Copwebs Das ist nämlich das Wichtigste vom Tor hier Alrighty, Sir Jetzt auch irgendwie, Sir Ah, doch, das ist, das sieht cool aus Es geht Alright, so Hier noch so, der Mittel-Feld-Dingsbums Wie auch immer das heißt Alright Und so Ach, sieht doch gar nicht so schlecht aus Noch hier noch so die Ecken Ich kenne mich beim Fußballplatz nicht so gut aus Aber irgendwie so schaut doch ein Feld aus eigentlich So Jetzt kann ich noch hier irgendwie die Ecken Ein bisschen verschönern, Sir Alright Nicht, dass es so komisch aussieht Nur noch irgendwie Matten oder so Blue Mads oder so Äh, Blue Madery Dinos Ähm Alright So kleine Matten kann ich noch hier auf der Seite bauen Oder so Solche aufgestellten Matten Äh, es gibt hier noch, ähm Fans Irgendwie so ein, wie heißt das Teil Deswegen so ein Kann ich auch weiter Ich glaube ich nehme auch Das ist normales Leder hier Ich glaube ich nehme auch so ein Holz Und Dark Oakwood Holz So Naja, das sieht nicht gut aus Ich lasse das glaube ich einfach Ich mache jetzt einfach nur mit draußen Mit Gravel und sowas Äh, okay, Seacross darf nicht nehmen So Äh, kleinen Weg hier Nein Oh oh Nein, jetzt habe ich das Oh mein Gott, nein Jetzt habe ich das Oh oh Jetzt habe ich das ganze Dings gemacht Äh, so Ähm Frühwerkzeug Äh Birkenholz Muss ich jetzt schnell neu machen So Oh oh Das war gar nicht gut Was ich hier gerade gemacht habe Ähm Hier auch noch schnell Aber es geht ganz schnell wieder Keine Angst, Leute Aber wir haben jetzt wenigstens den Boden Dings Äh Grün hier So Ready Die Mighty Und So Und viele haben auch gefragt hier Ähm Ob ich hier irgendwie Bald irgendwie ein Merch oder so rausbringen Ja, mache ich Also seid unbedingt hier gespannt hier Ja, wie gesagt Merch kommt halt Äh Demnächst Also Ähm Es hat noch neue Projekte Wo auch nachher Merch auch kommt und so Also keine Angst hier So Dann brauche ich jetzt noch ihr Gravel Gravelary Dino Das ist so ein Äh So ein Weg ist zum Reingehen Alrighty So ein kleiner Weg hier nach vorne Und hier noch Bäume und sowas herum Soll schon cool sein Noch ein bisschen Äh Äh Wer jetzt nicht gut so im Bauen ist Äh Müsst auch immer Unterschiedliche Blöcke und alles benutzen hier Ähm Hier kann ich noch gleich Cobblestone reinnehmen für den Weg Cobblestone All right Ähm Immer unterschiedliche Blöcke benutzen und so Ähm All right Ich glaube meine DPI hier Meine Mausgeschwindigkeit ist ein bisschen hoch gerade Egal Es passt schon hier Noch Walls und Fences Ähm So Und so Nachher noch Bäume schneller rum Also habe ich auch so ein guter Tipp hier mit WM mit so Dings zum Arbeiten So wie ich das einfach mache hier gerade Ähm So So Ähm Okay Mache ich noch hier ähm Dings Bäume Bone Mehl Oh Bone Mehl So Ich habe gerade einen Block benutzt Unabsichtlich So Oh oh Ist noch eine Minute übrig Das schaffe ich ganz schnell Easy peasy Muss nämlich noch Natur und so aus Da sein So All righty Die Mighty Dighty So Easy peasy Und der noch So Und der Und der Und hier noch ein paar 35 Sekunden noch Ich glaube das schaffe ich Das kriege ich schon irgendwie hin So 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 Und bam Und so 33 Sekunden Könnte ich Hinhauen So Und hier noch ein Baum Oh oh Nein 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 Jetzt hier noch überall Baum Mehl Baum Mehl Baum Mehl Baum Mehl Über Baum Mehl Dass es hier Naturmäßig aussieht Okay Ich habe jetzt nicht überall Baum Mehl Aber das wird schon passen Hier irgendwie Doch ich habe überall Baum Mehl Bis auf hier Ah doch das passt hier schon Loll Ich meine jetzt direkt das Erste Legendary Jetzt ist direkt weiter Aber es ist richtig cool hier gebaut Äh Okay der eine habe ich gerade gesehen Gibt Legendary Der gibt gut Ich meine ich finde es richtig cool hier Auch mit dem Weg hier auch Können wir schauen was die anderen Bauten haben Ja ist jetzt nicht so gut Aber Ja es geht Ich meine das Fußball Ding sind alles die cool ist Okay was ist das hier Okay das ist keine Turnhalle Das ist nur solche Turnübungen Äh es kriegt Es kriegt okay Ja obwohl Hm Es kriegt okay Weil es ist zwar keine Turnhalle Weil es kein Dings und so hat Keine Äh Wände und so wirklich Das kann man die Pro Tools ganz einfach machen Ja zu Wände und sowas Äh Der hat ja nur Leute gebaut Aber egal Es wird schon passen Vor allem der eine hat ein Glatz gehabt Was ist das Das kriegt Legendary Mit dem Kopf Das kriegt Legendary Legendary Oh ne ich kann es nicht nochmal sagen Oh oh Legendary Le Warte ich sag so Le Legendary So Das gelingt ja Das ist aber mein Kopf Ja das war ja auch der Typ hier Das ist witzig Also sollen so ein Ballen so sein Ähm Was ist das hier Steht hier Weightlifting Also so ein Dings Okay lol Ja aber es ist halt Hm es ist komisch Baut Was ist das hier Yoga with Balls Ja es ist gut Es kriegt okay Es kriegt okay So ne Kletterwand Okay das ist Es kriegt okay Es kriegt okay Es ist zwar keine Turnhalle Weil ich um ne Halle baut und so Aber ja Also ne Running Machine Okay das war gut nachher Okay okay Was ist das hier Steves Gym Also es ist auch so ein Turnhalle Gut der Boden Es kriegt Es kriegt okay Also nicht das Beste Es kriegt okay Also Turnhalle Also von daher So ein Weight Dings Ja ich habe Ja ich habe einfach An so ein Laufband Ich habe auch so ein Fußball So eine Turnhalle Wirklich eine Turnhalle Bauten Nicht so ein Gym Also so ein Fitnessstudio Ähm Was sagt der hier Aber das ist gut hier Aber der Boden Ah es ist Es kriegt Ja gut Das ist eine gute Idee Es kriegt gut Ich meine Okay hier ist Ich bin nicht fertig geworden Es geht Es ist wirklich eine gute Idee Hier Mit dem Ball und so Also was ist das Wo den einen Typen hier Okay nice Alrighty Äh Was ist das hier Okay Super Poop Was ist das Ein Huhn Okay Äh Es ist zwar keine Turnhalle Jetzt aber Ja keine Ahnung Ich glaube ich report den Typen Weil Äh Das ist keine Turnhalle Der Tag Der Tag ist actually gut Das heißt dass Äh Die Ente hier actually Also wirklich cool ist Ja aber es ist nicht Es zählt nicht das Thema Was ist das Leute es hat wirklich gewonnen Lol Okay ich will fünfter Platz waren Ja egal Dann will ich mal sagen Das war hier Äh Das war es für die Folie Lassen like und abo Und äh Ja Wie gesagt Ihr könnt mir diskutiert beitreten Äh Da habe ich auch geschrieben Dass ihr hier mitspielen könnt Also wenn ihr mit meinem Discord beitretet Dann könnt ihr auch Vielleicht in der nächsten Masterbillers Folge mitspielen Und ja Lasst ein like und abo Und ciao Outro 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 Outro